Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck PepsiCo. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann auch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zur Vorbereitung bei Infos. Also, die Firma kommt aus den USA und ist in der Getränkebranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 2,9% und die Dividende wurden inzwischen seit 51 Jahren in Folge gesteigert. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausstellungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von ca. 66% und das liegt in einem guten Bereich, würde ich sagen. Deshalb gebe ich hier einen halben Punkt. Das zweite Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausstellungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier haben wir momentan einen Wert von ca. 99% und das ist eher mäßig, würde ich sagen. Deshalb gebe ich hier keinen Punkt. Das dritte Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich angestiegen. Und zwar von 2,24 auf 4,53 US-Dollar die Aktie und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Deshalb gebe ich hier einen ganzen Punkt. Das vierte Kriterium. Hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach unterm Strich angestiegen. Und zwar von 1,43 auf 1,89 US-Dollar die Aktie und auch in diesem Zeitraum gab es keine einzige Dividendenkürzung. Daher gibt es hier für mich ebenfalls einen ganzen Punkt. Das fünfte Kriterium. Wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr ca. 6,6% angestiegen und das liegt in einem guten Bereich, würde ich sagen. Daher gibt es hier von mir einen halben Punkt. Das sechste Kriterium. Wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende weiter ansteigen und zwar von 4,53 auf 4,95 US-Dollar die Aktie, so zumindest die aktuellen Analystenprognosen und hier gibt es von mir einen ganzen Punkt. Und das letzte Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Also laut den aktuellen Analystenprognosen soll der Gewinn der Aktie ansteigen und zwar von 6,42 auf 7,48 US-Dollar. So zumindest die aktuellen Analystenprognosen. Und hier gibt es von mir einen ganzen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt PepsiCo in meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich 5 Punkte von 7 maximalen möglichen Punkten und in meiner Dividendencheck-Ambel landet die Aktie damit auf der besten Stufe gerade so noch. So, da kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2023 bei meinem Dividendencheck. Und hier landet PepsiCo momentan mit den 5 erreichten Punkten hier auf dem 5. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr es seht, kommt ihr übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und wenn ihr euch dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal anschauen wollt, dann findet ihr auch dazu einen Link unter dem Video. So, jetzt in der Grafik zum fairen Wert hier im Aktienfinder seht ihr zum einen mal den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist ca. Ende November 2023. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir erkennen, dass aktueller Kurs momentan knapp oberhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest leicht überbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und jetzt zum Schluss der Hinweis, mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsche ausstellen. Dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal.